Liebe Schwestern und Brüder, als Clodwig, der Franke, den heiligen Martin zum Reichsheiligen bestimmte, konnte er nicht ahnen, dass noch Jahrhunderte später Martinus einer der bedeutendsten, eigentlich der berühmteste Heilige in Europa sein wird. Obwohl die Beobachtung, die Theodor Schnitzler einmal in einem kleinen Büchlein geschrieben hat, dass selbst die heftigsten Gegner das Martinsfest nicht kleinkriegen, obwohl man ja sagen muss, wahrscheinlich stimmt diese Beobachtung heutzutage auch schon nicht mehr, die vor 20 Jahren noch richtig war. Dennoch hat Martinus eine ganz große Bedeutung. Deshalb sind wir heute Abend hier. Was macht es aus? Man kann fragen, was hat Clodwig, König Clodwig, der sich taufen ließ vom Bischof Remigius, was hat ihn an diesem Heiligen beeindruckt? Wir müssen uns unter einem solchen Frankenkönig nicht unbedingt etwas besonders Gesittetes vorstellen. Das waren rauhe Gesellen. Und wahrscheinlich war es eine wunderbare Mischung, die Martinus darstellt, denn Martinus war auch ein rauer Geselle. Zunächst im Militärdienst, wir kennen die Geschichte, dann lässt er sich taufen, nach jener Begebenheit, die wir eben in der Vesper so sehr besungen haben, die wir als seine Legende kennen, in der Schilderung des Sulpizius Severus, seines Biografen, dann als Mönch, als Exorzist bei Hilarius von Poitiers, als Diakon, als Priester, dann am Rande einer Stadt von Thur mit einer Mönchsgemeinschaft, als Erster in Europa in dieser Weise und Form und schließlich dann als Bischof. Aber als Bischof auch ein rauer Geselle. Diese feinen Herren, die sich damals herausgebildet haben als Bischöfe, die sich in der Nähe der kaiserlichen Beamten niederließen und Lobbyarbeit am Kaiserhof in Trier, das war zur Zeit, als Trier noch bedeutend war, und dort ihre Interessen verfolgten, mit denen konnte Martinus nichts anfangen und umgekehrt, sie konnten mit ihm nichts anfangen, mit diesem rauen Gesellen von irgendwo an der Westküste Frankreichs, von vor der Stadt, von wegen Lobbyarbeit. Leben des Evangeliums. All das mag dazu beigetragen haben, aber was beeindruckt uns, wie wir mit so rauen Gesellen nicht mehr so viel anfangen können, wie vielleicht Klotwig noch? Bennig XVI. hat in einer Angelusansprache einmal darauf hingewiesen oder diesen kleinen Hinweis gegeben. Und wir kennen ihn alle, es ist eigentlich keine besondere Erfindung, aber man muss noch einmal darauf hinweisen, dass es das Geheimnis des Teilens ist. Noch bevor er getauft war, hat er in diesem Geheimnis des Teilens sozusagen das Geheimnis der Welt entdeckt. Denn was tun wir anderes? Nein, ich muss es anders sagen. Wir tun gar nichts. Was tut Christus anderes, wenn wir Eucharistie feiern? Wir denken immer, wir tun etwas, aber das ist ein Irrtum. Das Geheimnis dieser Welt enthüllt sich damals noch ganz verborgen, wo es nur Getaufte verfolgen und mitfeiern durften. Vor der Taufe bekam man das überhaupt nie zu sehen und mitzuerleben. Das Geheimnis der Welt enthüllt sich auf dem Altar, im Geheimnis des Teilens, in dem einer sein Leben austeilt, in dem einer sich selber austeilt und nicht irgendeiner, sondern Christus, in dem Gott sich zerteilen lässt, damit wir leben, damit wir empfangen und damit es in uns übergeht. Das ist das Beeindruckende an Martin. Noch bevor er getauft ist, hat er den tiefsten, innersten Lebenskern des Christentums verstanden. Aber nicht hier, hinter der Stirn, in dem er über den Glauben nachgedacht hat, in dem er es getan hat. In dem er das Evangelium gelebt hat. In dem er selber zum Evangelium wurde. In dieser Tat, die eigentlich banal ist, einem Bettler, einem Frierenden am Stadttor von Amiens ein Stück Stoff zu geben, damit er sich bedecken kann. Aber wir hören es im Evangelium, wie diese kleinen, banalen, Alltäglichkeiten, die es für uns Christen sein sollten, wie sie gewürdigt werden. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und nehmt das Reich im Besitz, das für euch bereitet ist, seit Anbeginn. Keine dieser Taten, die Beschwestern und Brüder, ob Martinus so tut oder ob wir sie tun, an der Kirchtür hier bei uns, sonntags morgens oder am Eingang vom Aldi, irgendwo in der Stadt, bleibt unberücksichtigt. Sie wird gesehen, denn sie ist an Christus getan. Und mit all unseren Äußerungen, die wir so tun, gerade in diesen Wochen, da so viele Menschen zu uns kommen, aus welchen Motiven auch immer, wir sind da schnell mit einem Urteil und da sind wir schnell ganz deutsch. Aber wir sollten ganz Christ sein, so wie Martinus ganz Christus war, der im Traum so überrascht ist, als er ihm erscheint und diesen halben Mantel trägt. Ja, was du an dem getan hast, hast du an mir getan. Es ist und bleibt eine Herausforderung, die Martinus uns stellt, dass wir doch endlich teilen lernen, wenn wir gleich wieder vom Geteilten, dem einen Brot empfangen, der einen Eucharistie, den einen Christus in uns aufnehmen, der sich immer wieder austeilt durch alle Zeit bis ans Ende der Welt, so dass alle leben und dass es für alle genug ist. 65- sahenl